Gut, herzlich willkommen. Wir wollen mit euch über Communities reden, über eure Erfahrungen, über eure Herausforderungen, über die Trends. Ganz kurz, ich bin Tanja Lauf, ich arbeite seit 2006 im Bereich Community Management und berate und schule Unternehmen alles, was mit Community Management zu tun hat. Sei es der Dialog, Facebook, Twitter oder der Aufbau von eigenen Communities entweder zu externen Zielgruppen oder intern zu den Mitarbeitenden. Let's Talk Communities, die Überschrift heute. Communities sind großartig. Ich lebe und liebe Communities, weil sie Menschen verbinden und man auf Augenhöhe wirklich miteinander in Austausch gehen kann, ohne auf irgendwelchen Hierarchie zu sein. Und die fördern den Wissensaustausch, die fördern Innovation. Und durch die Pandemie, das ganze Schlechte, was sie uns gebracht hat, sie hat den Vorteil für uns, dass sie die Entwicklung, die schon länger absehbar war, irgendwie so 20 Jahre nach vorne gespielt hat. Das Thema Communities ist jetzt viel präsenter, der Austausch. Und Fragen, die ich immer wieder kriege, sind so Sachen wie, ja, hier Nutzeraktivierung, wie kriegen wir denn die Leute aktiviert? Oder aber auch, ja, wir würden gerne Community, aber wie rechtfertigen wir denn die Ressourcen? Wie können wir sichtbar machen, was eine Community bringt, welche Vorteile es hat, welche Potenziale Communities haben? Denn man kann das Ganze nicht einfach in einem Exchange abbilden. Und das sind die Dinge, über die wir drei heute gerne mit euch sprechen werden. Was sind eure Erlebnisse? Was sind eure Erfahrungen? Wo sind ihre Trends? Wo sind ihre Herausforderungen? Und ich gebe jetzt ab an meine beiden Co-Teilgebenden, Aachen und Katharina. Hi, ich spreche jetzt mal in den Würfel. Katharina, Robert von Lange, EZ. Ich bin auch heute wieder mit unserem Zwilliger, nämlich die Lydia, die seht ihr online. Die wird uns online ein bisschen unterstützen. Genau, und ich würde zum einen noch mal ganz kurz und ganz pragmatisch noch mal auf das Konzeptwort hinweisen. Da haben wir so ein paar Fragen eingestellt. Da könnt ihr auch gerne jetzt schon, wer hier ist in Präsenz oder online, ein paar Dinge posten. Da ist so ein Gesundheitsbarometer für Communities, da können wir so einen Diamanten hinschieben. Seht ihr, der Zustand ist kritisch, sie müssen wiederbelebt werden oder sie sind in absoluter Topform. Und dann so ein paar Punkte, was sind so die spannendsten Entwicklungen, negative Trends, die ihr erlebt oder was meint ihr, wo die Cops in so fünf Jahren stehen. Es ist so gedacht, statt einem Check-In, weil wir doch eine relativ große Runde sind. Bei Irre kann ich jeder darüber sagen, wenn ich hier, was bewegt mich, können wir das über das Konzeptwort so machen. Danke fürs Teilen. Genau, und was mich so umtreibt, ist, es gibt schon lange die Gartenetapher in den Communities und die bewegt mich auch nach wie vor. Also wir schaffen das, also wir erleben bei uns im Unternehmen die Graswurzel-Community, die sind total eventlich. Es gibt aber teilweise auch einen ziemlichen Bildbuch, da passiert alles Mögliche und irgendwann irgendwie auch nicht mehr. Und vieles Gute wird nicht so richtig aufgegriffen. Und dann haben wir aber auch so die Gärten von Versailles, die völlig oberenginierten, mal zurechtgestutzten Bäumchen, die mit wahnsinnig viel Budget hinterlegt sind und ganz viel Unternehmensaufwand betrieben werden, sehen total toll aus. Die haben immer die schönsten Seiten irgendwie auf dem Scherp, aber es ist einfach tot, da ist kein Vögelchen mehr, das sich da irgendwie bewegt, oder auch kein Regenwurm in der Erde. Und wie schafft man irgendwie da eine gute Balance hinzukriegen? Die Frage, mit der ich heute hier bin. Genau. Und dann übergebe ich, danke, es sind deine eigenen Würfel. Genau, deine eigenen Würfel. Ja, es ist schon eine Frage, irgendwo, die Lidia hat sich gemeldet, ist das eine organisatorische Frage, oder ist das eine direkte Frage, oder das war's? Lidia? Achso, das ist du, die Lidia. Man hört dich gerade nicht, Lidia, du hast deine Mikro schon geschaltet. Danke. Bitte in den Mikro ein bisschen näher halten, weil ansonsten hören wir euch ganz schlecht hier im digitalen Raum. Ja, das wurde mir auch gerade schon gesagt, also wir wollen ja eigentlich ein Team, ein Team ist ja nicht mehr. Man soll uns so eher klein sprechen, das ist wohl auch schlecht, aber so relativ nahe, wie wir reinstehen. Genau. Aber danke dir ja nochmal für den Hinweis. Ich bin ein Acht geben, ich bin von der Team Stenz, und wir haben ja alle, warum machen wir jetzt eigentlich diese Vorstellung, wir wollen eine Beziehung, das ist krass, aber wir wollen zumindest, dass wir wissen, in dem, was wir tun haben, in der Gesprächsrunde. Deswegen, wie gesagt, stellen wir uns ein bisschen vor und sagen, was sind eigentlich bei uns die Fragen, die uns gerade so beschäftigen, und dann seid ihr dran. Also, keine Angst, es wird sich immer lange dauern. Also, meine Frage wäre eigentlich, ja, Communities wurden bei uns mit Brust und Kampen und viel Motivationen, und es sind echt Menschen dabei, die sehr engagiert sind, die wurden eingeführt, und wie halten wir das eigentlich am Leben, wenn sich die Rahmenbedingungen sozusagen ändern, die sich gerade geändert haben. Konkret ist es eigentlich, wir haben vor fünf Jahren so auf Internet eingeführt, und haben da auch sehr viel reingebuttert. Da waren die Rahmenbedingungen einfach auch von oben sehr, sehr gut. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wir haben Multiplikatoren gehabt, und da waren sehr viele Leute dabei, die eben sehr stark investiert haben, und die haben sich teilweise zum ersten Mal getroffen, und haben einfach gesehen, den Wert von Communities sich gegenseitig zu motivieren, irgendwie sich auch zu entscheiden, mit Dingen, die man sonst nicht im Alltag macht, und da dem Unternehmen auch was zurückzugeben, mit was, was eigentlich im eigenen Bereich gar nicht so geschätzt wird, missbraunisch angekündigt wird. Und jetzt vor zwei Jahren, ja, erinnert sich das dann halt mehr oder weniger alles, wir haben jetzt eine andere klare strategische Ausrichtung, alle diese Programme sind gestrichen, und das Veranstaltende von die Communities sind mehr oder weniger in der Linie, und es sind immer noch motivierte Leute da, aber wo können die sich einbringen, und wir versuchen es gerade wieder so ein Stück weit aufnehmen zu lassen, da merkt man ja, die wollen immer noch, aber was können wir denen eigentlich bieten, auch, ob ich jetzt aus der Unternehmenskommunikation, der eigentlich noch die Community Manager hier vernetzt und insofern reduziert, aber ja, als einzige Person wurde vorher abwarnen, da ist man in der Möglichkeit auch so irgendwo begrenzt. Und das ist die Frage, die mich hier auch so betreibt, und da gibt es viele Beispiele noch dazu, aber ja. Tauschen mal bitte den Würfel, weil wir nicht verstanden werden, und es schlechter wurde, ob der Würfel besser ist. Ich bin eigentlich auch dann schon fertig. Ja. Ist das besser? Ist dieser Würfel besser? Nee. Ist auch nicht besser. Okay. Ist es besser, wenn ich den Sona ansuche? Ist auch nicht besser. Mikros aus. Wir haben alle Mikros aus. Ich habe mein Laptop auch aus. Laptop, also Audio aus. Hat hier noch jemanden? Wir haben aber sonst kein Mikro. Wir haben tatsächlich nur das. Das klingt aus, aber mein Mikro ist aus. Das ist ja komisch. Und wir sitzen auch alle gleich weit weg vom Lautsprecher und haben alle den gleichen Würfel. Der Lautsprecher ist gleich das Mikro ausgewählt. Und er kann ja auch nicht so. Der Lautsprecher da ist, der ist auf Sturm ausgewählt. Und wir haben und wir haben zur vorherigen Session auch nichts geändert. Dann haben wir auch schon das gelesen. Okay. Probiert mal jetzt. Ja, ich rede einfach nochmal ein bisschen weiter. Ja, zwei Minuten noch. Ja. Also die Ursache, dieses Mikrofon war eingeschaltet. Die Würfel waren nicht eingeschaltet. Und du hast uns gerettet. Ich habe eine Vermutung gehabt und die ist einfach mal. Sehr schön gemacht. Großartig. Also das ist Community mit unvorhersehenden Dingen umgehen und sie irgendwie löst. Irgendjemand kommt immer und hinterlöst irgendwas. Genau. Und jetzt wollen wir eigentlich in die Diskussion gehen. Wer würde jetzt die Linie einfach mal erqueren, weil wir haben ein Konzeptwort dazu. Ich habe auch eine Frage. Geht es hier nur um Community auf Rechte oder geht es generell um Communities? Weil die Titel frau nicht ganz einmal gut. Ich muss sagen, generell, ich weiß nicht, was darfst du machen? Ja, aber gerade kann ja wiederholen. Bei dir vermutlich etwas geht eher um Community. Aber wenn du sagst, es geht um Communities generell. Also es gibt ja noch Aktivisten-Communities. Gerne, gerne alles. Es gibt vielleicht auch eher so transaktionsorientierte Communities, also Marktplätze, oder Support-Communities. Es gibt Kommunikations-Communities, die irgendwelche Initiativen unterstützen. Ich glaube, wir reden ja über alles, was ihr wollt. Wenn ihr Lust habt, kann ich euch mal ein Bild aus der Telekom geben von unseren Vereinigungs-Communities. Das zahlt, glaube ich, so ein bisschen auf euer beider Themen ein. Einmal an Gaben nehmen und so. Von dem, von bis, wie fühle ich da eine Balance und wenn sich haben, wenn ich nur die andere. Unsere Erfahrung ist, glaube ich, krank, dass es schwingt ein Verhältnis mit Menschen. Zum Beispiel, wir haben die Telekom-Botschafter-Community. Das ist eine Riesen-Community. Die werdet ihr kennen, wenn ihr mal den Hashtag Werkschloss, die es durch mir eingibt. Ich habe euch vom Agenten nicht mehr retten können. Das sind beseelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom, die kein Wenn auslassen, um sozusagen die Telekom zu bewerben. Das ist deren intrinsische Motivation und machen das von sich aus. Das waren die Missionare, oder? Das sind eine Missionars-Community. Genau. Dann haben wir eine große Lernphilie, die sich in Excel erwarmen, weil sie sich gegründet hat, auch auf unserem Internet-Social-Network, weil man gesehen hat, da wollen Menschen aus einem Antrieb anderen Menschen was beibringen. Ja, also meine zehn Top-Excel-Storm-Katz oder so. Oder wie gehe ich mit meinem Stratif um? Dann hat der Stratif eine Lernplattform geschaffen, einfach auf dem ESN, dann konnte sich jeder selber quasi einladen. Das heißt, ich habe mich lieb in dem Lernnetz ein. Das dritte Beispiel ist die CX-Community bei uns. Das ist sich schon sehr lange, seit 2013 oder so. Maik Metzig. Maik hat sich mal gedacht, als Design Thinking noch neu war, in der Telekom zumindest, wir brauchen ein Netzwerk für den Unterarbeitern, die in der Arbeitszeit anderen sozusagen Design Thinking Workshops machen. Das hat sich jetzt sehr ausgeweitet. Da geht es nicht mehr um große Transformationsprogramme, die wir auch begleiten. Die, die in der Community drin sind, die können 30 Prozent ihrer Arbeitszeit dort in der Community haben. Das haben Sie von der Geschäftsführung nicht angekommen. Ich komme zu uns. Genau. So, jetzt kommen die Knackpunkte. Denn der Community, das sage ich mal, oder der Host, der Legitia vor, es versäugt, sozusagen Niederschrift auf mehrere zu verteilen. der Maik hat es bei den CXern mit Prolocacy gemacht. Also, dass man das unter Prolocacy-System in der Kerngruppe, sodass er da Führung verteilt. Das sichert ihn, wenn er nicht mehr da ist, sozusagen, dass das andere direkt übernehmen können. Ich habe viel, ehrlich gesagt, in der Learning Community weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, was da mit dem X passieren wird. es irgendein HRD-Manager, der das Mindset nicht hat und das Ding binnen 200 Liter wahrscheinlich, weil es zu sehr regimentiert wird. Und bei den Botschaftern ist es, glaube ich, auch so. Wenn da so die zwei, drei Treiber innen wenn gehen sollten, ist auch in Frage gestellt, was passiert bei anderen . Also ich meine, Platz wäre, übertragen sozusagen was die Kommunen, weil der Spendung sehr auf mehrere Köpfe und Rahmenbedingungen können wir meistens nichts machen. Wenn man Daten wegbrechen für Communities oder so, dass auch meistens Personale Wechsel im Management folgt, die neuen Kolleginnen und Kollegen sehen dann den Sinn nicht mehr und das Thema wechseln bei euch achten. Das ist halt dann, wenn du da schon gut vorgearbeitet hast und du hast diesen Drive in der Community, dass die es so wichtig finden, als wäre neben dem Thema Leadership als das Thema Purpose, dass du den frühzeitig sich mit allen gemeinsam schaffst, um die Leute von sich selbst aus arbeiten zu lassen und die intrinsische Motivation über Zeit zu retten oder so. Darf ich kurz mal strukturieren? Danke, Jochen. Aber wir haben ja auch noch virtuelle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Raum und wir haben dafür ja auch ein Concept Board. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde Zeit und vielleicht einigen wir uns irgendwie drauf, wie wir die Zeit aufteilen. Also danke für den Einblick. Ich sehe auch immer tolle Vorbilder sehr inspirierend, aber gibt es vielleicht auch noch andere drängende Fragen? Also wir haben einige schon schön ein Concept Wort eingestellt. Ich weiß nicht, wie wir vorgehen. Sollen wir jetzt einfach mal hier durchgehen und diejenigen, die was eingestellt haben, sagen lassen, was ihre Frage sind? Vielleicht entdecken wir dann auch Gemeinsamkeiten. Wir können abstimmen oder sonst irgendwas. Die Zeit ist wahrscheinlich relativ kurz, aber dass wir uns leicht auf ein Thema einigen und zwar nicht bevor alle mal kurz ausgespeichert haben, was ist so bewegt. Das wäre vielleicht wichtig. Ich würde einfach sagen, wenn wir noch eine halbe Stunde haben, vielleicht mal in den Raum gucken und in den virtuellen Raum auch. Ein paar Sachen stehen jetzt schon auf dem Concept Portal, auf die man ganz gut drauf gucken kann. Und ihr habt bestimmt noch noch ganz viel Sachen in den Köpfen. Was sind dann so die Fragen gedrängen bei Let's Talk Communities? Wo geht es hin? Geht es nach oben? Geht es nach unten? Geht es zur Seite? Du hast einen Punkt in Land, die sind oft stark, gerade diese Graswurzelsachen stark an eine Person gebunden, sehe ich auch total kritisch. Was passiert, wenn diese Leute wechseln und wie kriegt man die Balance gut hin? Aber es gibt vielleicht noch andere Fragen. Ich würde einfach Gibt es das? Wenn virtuell was bitte anzeigen, damit wir euch sehen, kommt die noch euch liefer. Hi, ich bin Caroline, ich bin bei Dativ und wir haben ganz viele Communities, haben uns das aus der Softwareentwicklung abgeschaut und die Frage, die mich jetzt seit einiger Zeit beschäftigt ist, wie kriegt man im Unternehmen eine lose Kopplung zwischen Hierarchie und Netzwerk kennen. Weil ich habe so das Gefühl, wir sind ganz viele in der Netzwerk Blase unterwegs und das wird auch akzeptiert. Wir haben keine festen Kontingente, aber Menschen, die sich in Communities beschäftigen und engagieren wollen, dürfen das auch. Aber diese Verankerung im Gesamtunternehmen und das Zusammenspiel, dass es ineinander greift. Wir hatten letztes Jahr im Dezember eine Kundenzufriedenheitsbefragung, die schlechter war als alle, die wir vorher kannten und daraufhin hat der Vorstand nicht die BotschafterInnen Community gefragt, was können wir an unserer Sprache ändern, wie können wir vielleicht anders auf Kunden zugehen, sondern eine Taskforce aufgesetzt und ein Projekt und halt in der Hierarchie versucht, was zu tun und ich glaube, dass das ganz viel Kraft entfalten könnte, wenn man das zusammen denkt und auch irgendwie Wege findet, wie Hierarchie und Netzwerk zusammen spielen. Also, da gibt es eine Barcamp-Regel und rede über Barcamps. Also, rede, damit es einfach wirksam wird. Rede mit dem Management, rede, was wir tun können, was wir erreicht haben, was für Nutzen da ist und wenn du über die Communities redest und das transparent machst, zeigst du eine Wirkung und sagst, okay, warum nicht darüber gehen oder auch mal ein Experiment sagen, wir können es auch mal so probieren und dann die Wirksamkeit darstellen. also tu gut es und rede drüber, denke ich. Gibt es noch etwas? Ihr macht das Handzeichen über Teams und falls wir es nicht sehen, dann quatscht ihr einfach rein. Ich sehe das Thema als extrem schwierig. Bernd von Vitesco. Vitesco Technologies von früher Continental, jetzt seit einem Jahr nicht mehr. diese Frage dieses Abgebens von Kompetenz, weil es ist ja Abgeben der Kompetenz auf eine gewisse Art und Weise, was du jetzt beschrieben hast, ist der große Kampf der Communities, der vermutlich bestehen bleiben wird, bis die Organisation sich dazu entschließt, das in ihre komplette Organisation zu integrieren. Solange es hierarchische Strukturen gibt, werden diese hierarchischen Strukturen weiterhin das als ihre Aufgabe ansehen, solche problematischen Themen zu bearbeiten, weil da nicht auch Karrieren dran hängen, die ja jemand machen möchte und solche Themen natürlich gut sind für die Karriere. Das heißt, das wird dann niemand einfach einfach so weggeben, wenn es keine guten Gründe dafür gibt. Also diesen Clash zwischen den Communities und dem Management, ich meine, ich kann dir auch ein paar Geschichten erzählen, aber diese Situationen, die ist vorhergesagt vom Dr. Kruse, braucht man sich nur alle seine Videos anschauen, dann kann man sich das alles zusammenreimen, was da passieren wird. Aber das ist eine größere gesellschaftliche Umverwerfung, die da stattfinden muss, dass das irgendwann akzeptiert wird. Also das wird Jahrzehnte noch brauchen, meiner Meinung nach. Ich möchte jetzt da keinen Es sich in den Wein kippen, aber Entschuldigung. diese Veränderung der Akzeptanz des Managements bezüglich der Communities oder der Aufgabenabgabe des Managements weil im Prinzip ist es nichts anderes. Die Communities übernehmen Aufgaben, die bis jetzt vom Management wahrgenommen werden. Das heißt, du wirst die Management Verständnis, die Kultur des Managements verändern und wir wissen wie lange es dauern kann, dass sowas passiert und das ist das Problem, an dem wir verstecken. Ich habe noch eine zusätzliche Hypothese und das haben wir bei uns gesehen. Also wir haben sehr etablierte Fachcommunities seit den 90er Jahren glaube ich schon, die inzwischen auch mit Mitteln ausgestattet sind. Jedes Projekt in der GIZ, was umgesetzt wird, hat einen bestimmten Prozentsatz, der für die Fachcommunity aufgewendet wird und so weiter und was wir da erlebt haben über die Jahre ist nicht unbedingt den Kampf, dass Kompetenz abgegeben wird, sondern dass die so institutionalisiert werden, dass sie im Grunde nicht schon existieren, aber wiederum auch auf eine Art und Weise existieren, die sehr bürokratisch ist. Also die kopieren dann quasi die Hierarchiestile der Organisationen, vielleicht bei uns auch sehr extrem, na gut, das ist bei großen Konzernen sicher nicht anders als bei einer großen Bürokratie. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung und jetzt haben wir nämlich da einen Clash zwischen den etablierten Fachcommunities und den neuen Graswurzelinitiativen nicht ganz anders aufstellen und dieses Absorbieren oder das Imitieren von den Handlungsweisen, so richtig die Lösung ist das auch nicht. Jetzt haben wir Communities, die auch wieder wie Abteilungen funktionieren und die versuchen sich jetzt wieder daraus zu lösen und neue Energie zu stiften. Ich finde das spannende Entwicklungen. Ja, und dann gehen wir schnell mal weiter. Was ich in dem Zusammenhang möchte, ist das Kinetic Runwork und Webster Open. Weil es da noch ein besonderer Trick draufwirft, das ist jetzt mein Versuch das Problem zu lösen, nämlich herzugeben und der Organisation zu erklären und zu zeigen, dass es gewisse Probleme gibt, die man nur mit Netzwerk und Netzwerk Arbeit lösen kann. Das ist eine Option, sondern es ist die einzige Option für gewisse Probleme und andere Probleme sind weiter nach klassischen Modellen zu lösen. Aber das ist nicht für mich ein Mittel oder ein Weg zu zeigen der Organisation, dass es diese zwei Wecken gibt und dass man die auch getrennt halten muss und nicht institutionalisieren muss oder sollte, weil sonst der Effekt ja nicht mehr da ist gegen den man durch die Netzwerke. Ich hätte auch mal eine Frage diesbezüglich, aber ich bin Andreas von der Huckoburg und mit Communities vielleicht nicht so viel Erfahrung wie ihr, aber mich würde mal interessieren, wie seht ihr die Rolle da des Knowledge Managements? Wie kann man da vielleicht doch auch teilhaben gewissermaßen oder muss man da teilhaben oder ist es komplett sich selbst überlassen, sage ich mal, eine Community? Eure Einschätzung dazu? Ja, es gibt zu einer Communities die speziell den Zweck oder anwendungsweilen Knowledge Management haben, also die die ja organisieren, aber Knowledge Management kann man natürlich auch auf verschiedene Weisen machen und auch die Community muss ja sich in einem Kanal abspielen, also es kann ja auch sein, dass man zusätzlich welche Treffen regelmäßig Treffen hat, andere Formate, Audioformate oder sonst irgendwas, das sehen wir ja jetzt gerade hier, also was genau war jetzt nochmal deine Frage? Ich kann auch eben nochmal den Würfel, also ich sage mal, da fließt ja auch viel Wissen etc. und jetzt aus Knowledge Management Sicht will ich natürlich wissen, irgendwie wäre es sichtbar machen, greifbar machen, erfassen, also wie seht ihr da die Rolle des Knowledge Managers? Also bei uns zum Beispiel bei Continental ist es so, dass das Thema Community Management gerade von zwei Seiten, sag mal, auch vom Management her gewollt angegangen wird und das ist einmal bei uns bei Group IT und einmal tatsächlich zum Teil bei Knowledge Management, weil dort auch erkannt wurde, da wird, dass Communities ein, vielleicht sogar das Instrument in Anführungszeichen sind, um Wissen gemeinsam aufzubauen und Transparenz zur Verfügung zu stellen, weil wir zum Beispiel da auch, bei uns sind viele Communities, wird das Wiki ganz stark genutzt, um, ja genau und von dem her ist es, finde ich so oder bei uns so, dass Communities ganz zentral sind für den Bereich Knowledge Management, aber halt dann oder in dem Sinne, dass eben die Transparenz dadurch erhöht wird und man eben wegkommt von nur in Teams oder nur in Silos etwas zu machen und zu erstellen. Umso ein bisschen online, ob da was gibt, einfach keine Handzeichen, aber da ist es ja, ja, ganz, die Online-Welt meldet sich auch. Also ich bin Felix von SAP und ich hätte eigentlich jetzt drei Punkte, also der erste wäre jetzt ein Anliegen, ich finde es total spannend, die Diskussion, die wir heute haben und ich denke, da ich auch das Thema Community Management für einen Boardbereich verantworte, würde ich das gerne weiterführen. Also gibt es schon ein bestehendes Netzwerk, wo sich Community Manager, die jetzt so größere Community Programme orchestrieren, austauschen? Dann das zweite, die Frage zum Knowledge Management, da kann ich jetzt aus SAP-Sicht kurz beleuchten, da gibt es gerade in der Beratung und bei Pre-Sales und Sales schon seit vielen Jahren, haben eigentlich die Community hauptsächlich auch diesen Auftrag, den Wissensaustausch zu bestimmten Industrien oder zu bestimmten Themen voranzutreiben über die Org-Struktur hinweg, also das ist sehr eng verknüpft und es ist teilweise auch sogar verbunden mit Leuten, die jetzt für das Thema Knowledge Management dann bei SAP verbunden sind, verantwortlich sind, sorry. Und dann das dritte war, vielleicht noch ein positives Signal zu geben, was jetzt Community Management oder die Zukunft von Community of Practices betrifft, also da hat jetzt auch unser Vorstand entschieden, dass das Thema Lernen wirklich zentral ist für unsere Transformation und auch entsprechend investiert wird, auch in einer Zeit, wo jetzt eigentlich sonst alle Budgets ziemlich gekürzt werden und deswegen wollen wir jetzt in der Entwicklung sehr stark halt das Thema Community Management, dieses Top Down mit dem Bottom Up, weil es gibt schon viele bestehende Graswurzelbewegungen bei SAP verknüpfen, indem wir eben eine strategische Ausrichtung unterstützen und zwar das Up- und Reskilling der Mitarbeiterinnen und ich glaube darin liegt auch eine Chance für Community of Practices halt dieses Verbindungsglied zu sein zwischen dem formellen Learning und dem informellen Learning. So, und jetzt bin ich wieder still. Ja, sehr spannend vielleicht also ich wäre ich würde sagen mal sagen mit der Achtung von der Stefanie ich und noch mal andere wir haben diesen Community Management Guide geschrieben das wäre ein Ablauf wo noch andere Interesse haben vielleicht haben wir auch regelmäßiger ausgetauscht in größerer Runde da gibt es auch noch die Session Lernfahrt weiter heute ich hätte ein großes Interesse das klingt ganz spannend was würde ich jetzt mal so anbieten und was ich auf jeden Fall angucken kann ist wobei da Achtung und Stefanie mehr dazu sagen können die beiden einen sehr hellen C3 Call wo alle drei Monate es wirklich den Austausch und Praxis spielen und vielleicht will einer von euch beiden dazu was sagen Ja gerne Also C3 Managers ist der Hashtag da findet ihr uns auf LinkedIn und auf Twitter und die nächste Veranstaltung ist am 21. Donnerstag 21. Juli 16 Uhr also findet Quartals Quartals Turnus statt und bietet auch immer die Möglichkeit zum Austausch und sich verletzen Ja Ich warte mal noch Ui Jetzt haben wir ja zwei Leute verloren Ihr seid noch da Wir sind noch da Dann bringen wir weiter Die Dinge aber ihr seht uns Das ist auch viel wichtiger Genau Nur noch mal zu deinem Punkt Knowledge Management und Communities Ich bin bei uns für Knowledge Management zuständig und ich mache das auf zwei Wegen Ich habe eine sehr große Community mit über 1200 Leuten aufgesetzt in Unternehmen über die ich Knowledge Management und Lernen und so weiter Also eine klassische Ream-Koalition würde ich sagen Und bei uns ist aber also das ist integral erteilt Also wir verstehen unsere Rolle im Wissensmanagement viel stärker in Bezug auf Gewährleistung interner Vernetzung für Innovation oder zur Ermöglichung von Innovation und so weiter und zur Ermöglichung von Vernetzung auch als Wert an sich So die klassischen Collect-Aufgaben also Informations- und Wissensbereinstellung das liegt bei uns sehr viel stärker bei der Informations-Gammerance also das heißt im Wissensmanagement sehen wir in der Rolle ganz stark wie setzen wir einen Rahmen für das Community-Management welche Trainings braucht es wie sie die Online-Plattform strukturieren da sind wir dann wieder mit der IT zusammen das ist ein ganz zentraler Auftrag bei uns ist der Business-Management zusammen mit der IT angesehen vielleicht sehr nicht überwäschend wir sind man kann geschmeißen oder mich wird interessieren wie ihr mit dem Trend also ich kann nur von uns sprechen Jochen wir haben jetzt den Trend den rückläufigen Trend von einem Tool das Communities wirklich unterstützt hat wie das ESN transparent zusammenarbeiten Coworking auch sprecht darüber was ihr macht um eben auch Management zu bekommen um die Wichtigkeiten den Nutzen der Communities überhaupt zu sehen und sichtbar zu machen wir haben einfach die Plattform gewechselt wir sind jetzt auf einem kleinen Tool wieder und das unterstützt das einfach nicht diese Zusammenarbeit so gut und transparent im Unternehmen und unsere Inhalte sind verschwunden du musst wirklich ganz gezielt danach suchen du kriegst die nicht mehr ich sag jetzt mal automatisch also es ist ganz 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 schwierig und die Frage ist es bei euch auch so also merkt ihr diesen Trend und wie geht ihr damit um also habt ihr einen Tipp für uns Antonia von der Telekom sorry wir haben gerade eine ganz ähnliche Situation weil wir mit unserem Intranet auf eine neue Plattform umgestiegen sind die Hälfte noch auf der alten unterwegs ist die andere Hälfte auf der neuen der News wie seitdem wir auf der neuen sind tot sind und Yammer noch nicht eingeführt wurde wir hoffen jetzt dass wir durch die verschiedenen Communities mit der Yammer Einführung ich sag jetzt mal so Welle machen können dass dieses die Plattform besser genutzt wird also wir versuchen jetzt praktisch aktiv auf die verschiedenen Community Manager zuzugehen und zu sagen guckt mal wir haben hier eine neue Plattform aber es ist halt natürlich was anderes weil unsere Plattform Community Arbeit anders unterstützen wird als scheinbar das bei eurer der Fall ist die Sache ist auch also der Wechsel von einem Tool ist immer schwierig egal wie gut das neue Tool ist das kann ein mega Ding sein das ist neu und neu ist immer schlecht weil es ungewohnt ist und da braucht es wirklich ganz ganz viel Begleitung um auch zu sagen und na Schulung und die Leute abholen und viel im Vorfeld und ein ganz großes Problem bei dem was bei euch passiert ist der einfach das ist einfach das was man jahrelang aufgebaut hat plötzlich von heute auf morgen weg ist dadurch dass es dann auch noch frühzeitiger weg war und da sehe ich echt ein großes Problem weil da geht den Leuten die Leidenschaft verloren warum sollte ich hier was aufbauen was entwickeln wenn es irgendwann losgelöscht wird und da ist gar nicht mal die technik das entscheidende obwohl die auch den Namen gibt und mit Technik darf nie eine Hürde sein aber ganz entscheidend ist wirklich wie wird damit umgegangen also wie wird der Migrationsprozess begleitet wie wird das gezeigt und wie wird das dann auch transformiert und wenn alles verloren geht dann geht halt auch die Leidenschaft verloren richtig aber wir haben natürlich jetzt diesen Schritt bereits gemacht und wir können nicht nur zurückschauen sondern wir müssen nach vorschauen und wir sehen halt einfach den Rückgang zurück in die Silos Rauch auf Sharepoint es wird viel zu wenig geteilt und also das ist einfach Kern des Problems und das wird momentan einfach auch vom Management ganz klar so propagiert also das ist wirklich die Richtung und ich finde es ehrlich schwierig und einfach umfraudig ja bei uns und ich glaube Pern kann auch ein Lied davon singen ist es leider sehr ähnlich dass der Wert und der Nutzen der tatsächliche Nutzen eines ESN noch immer nicht begriffen wurde also gerade auch im Management und ein großes Problem glaube ich ist das ESN immer noch als sowas ja on top oder wenn ich mal ein bisschen Zeit übrig habe schreibe ich mal kurz noch einen Blogartikel gesehen wird anstatt halt und das glaube ich ist ein wichtiges Ziel mehr tägliche Arbeit zu verstehen als was im ESN stattfinden zu lassen also ESN als Teil der Arbeit und das Verständnis schaffen und ich sehe einfach bei uns wir müssen oder ein nächster Versuch ist sage ich mal noch mehr auch Enablement mehr Training anzubieten also Skills aufzubauen in der Nutzung des ESNs und da hoffe ich mir jetzt auch viel im Aufbau oder im Zusammenhang mit Communities und Community Management das nochmal angehen zu können aber ich kenne die Herausforderung sehr gut wir haben vor kurzem mal relativ simpel analysiert wie die Mitarbeiter zusammenarbeiten auch eine ganz einfache Ratenbasis wir haben es auf Abteilungstheken nur gebraucht wir haben dann eine Netzwerkanalyse gemacht eine organisationale Netzwerkanalyse um man versucht daraus zu finden welche Abteilungen sind jetzt mit welchen Abteilungen im Gespräch miteinander und wenn man das tut erkennt man sehr schnell wie sie sieht also das Problem was du hast ist das was du spürst als jemand der Netzwerk gearbeitet hat dass da Silos sind und dass die massiv problematisch sind das Problem ist nur du visualisierst es nicht weil du kein Mittel hast es zu visualisieren wenn du es aber tun würdest dann würde ein Bild entstehen wo man erkennen würde welche Abteilungen sind im Zentrum des Austauschs und welche Abteilungen sind am Rand des Austauschs sondern wenn ich diese Bilder kenne dass wir so Unternehmenssystem die sich dann anziehen je mehr Kontakt desto näher je weiter weg desto dann entsteht ein Bild wo man erkennt du kriegst die Abteilungen die arbeiten ja gar nicht miteinander also das Problem was du hast ist nicht es ist glaube ich eine Erkenntnis in der Organisation dass das wirklich ein Problem ist weil es sagen zwar immer so viele ja Silos sind ein Problem aber handeln nicht entsprechend und tun nichts dafür oder nutzen nur die Dinge die sie kennen und tauschen sich halt mal wenn die Teile aus und das ist dann ihr Silo aufbrechen das ist was du unterstehst als Community Manager bedenkt eher an einen durch die organisational in alle tiefen ebligen Leiden aus und ich glaube diese Visualisierung oder die Idee davon das ist was woran was eine Möglichkeit wäre überhaupt erst mal das Problem auch mehr zu machen das ist eine super Idee vielleicht ganz kurz dazu können wir gerne mal eine Session zu machen noch nachfolgen wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten haben wir auch schon mal probiert dass bei uns ein Betriebsrat gescheitert wegen Sichtbarkeit Vernetzung von Informationen Personen müsste man vielleicht nochmal neu probieren ob man das auch nochmal anders einbringt oder das direkte Tipp dazu ganz kurz ich würde mich dazu gerne weiter austauschen wir haben die Situation ein bisschen anders aber so ähnlich wir haben halt gemerkt dass vor der Yammer Einführung bei uns im Unternehmen Teams eingeführt wurde die Teamsräume aber auch privat geschaltet sind und wir haben in diesen Teamsräumen ein total lebendiges brummendes Community Leben aber es wird nicht nach außen sichtbar und ich bin so ein bisschen gespalten weil in Teilen braucht es auch ein bisschen diesen privaten Raum für Menschen weil wir überhaupt zum ersten Mal über Hierarchien hinweg kommunizieren und Leute auch unsicher sind wenn ich jetzt als nationaler Kollege oder Kollegin im Irak oder sonst wo sitze kann ich das weil wir doch sehr hierarchisch geprägt sind als Organisation aber wie schafft man es dann auch wieder die Inhalte die dort entstehen wieder öffentlich sichtbar zu machen also ich bin gar nicht so es muss alles die ganze Zeit transparent sein ich sehe auch durchaus den Wert der geschlosseneren Räume für viele Leute und Kollegen und Kolleginnen aber der Transfer funktioniert nicht so richtig Ja das war unsere jahrelange Diskussion im ESN wie offen machen wir es wo machen wir es geschlossen wo machen wir es offen wie viel Vertraulichkeit brauchen wir und wo brauchen wir Offenheit das Prinzip deshalb ist ESN kein Tool wie jedes andere weil ESN ist per se ein kulturell offenes Tool das heißt jeder kann auf Communities und Menschen aufmerksam werden und beitreten das ist halt gerade für Grassroots-Geschichten ist das natürlich geeignet das heißt du wenn du wenn du Supporter haben möchtest und einlädst dann findest du die auf dem ESN du findest Menschen in der normalen Corporate-Welt findest du nur Inhalte das ist das große Problem und ein ESN war für mich immer der große ich habe es gestern genannt große Kulturwandler weil du Menschen fandest und auch für für fachliche Communities denn dann merkst du überhaupt erst mal dass in den verschiedenen Unternehmensteilen was weiß was dieselben Dinge gebraucht werden oder gemacht werden und dann schließt du dich mit denen zusammen dann gibt es eine Marketing-Community gibt es eine Entwickler-Community oder so und das ist halt das große Problem dass das jetzt wegfällt wir sind um Lichtjahre zurück und Teams hilft null weil es einfach auf Team sagen wir auf Team-Ebene offen ist und Teamarbeit befördert fair enough für Bereichsübergreifnis arbeiten ist das nicht geeignet aus meiner Sicht eine Frage an euch Experten wären Communities wichtiger oder unwichtiger wichtiger Daumen hoch ich habe gerade irgendwann du hast gerade von Canavian geredet Dave Snowden würde sagen don't rely on communities of practice the real experts meet elsewhere und er setzt total auf informelle Netzwerke und sagt stärkt das informelle Netzwerken die Communities kommen dann später also so per se gegen die Communities aber wie setzt man die irgendwie auf ich weiß es nicht also ich habe das Gefühl die informelle Vernetzung wird auf jeden Fall wichtiger weil die auch wirklich Dinge teilweise befördert ob das heißt dass Communities wichtiger werden in der Form weiß ich nicht deswegen so wir haben es ja sicher so einen Berufszweckoptimismus bezüglich ich bin nach wie vor überzeugt von überzeugten dass sie Motivation auch den Menschen auslösen und ja es gehört auch einfach zu Menschen dazu ja es gibt ja nicht nur die hierarchische Welt auf der anderen Seite ja an vielen Stellen erlebt man eben auch das andere ich rede gerade vom Management aber dadurch werden halt auch wieder die Menschen bestärkt die sich eigentlich nicht verändern wollen und ja manches kann man vielleicht auch manchen Menschen nicht überlegen ja die wollen halt ihren Job machen und dann wollen sie nicht mit so Idealismus belangt werden wir können hier in Communities und es deutet ja auch alles Anstrengungen alles was wir hier machen im Gebrit alle diese diese Welten die das erfordert von uns extra Anstrengungen die uns irgendwie aus dem normalen wozu wir biologisch stark sind rauswirft und bei Communities gibt es das ständige Teil das ist das ist eine andere Haltung da muss ich einen extra Schritt gehen aber wenn ich den mal tue merke ich halt auch dass es sich bewegt und dass so viele Räume haben halt viele irgendwie nicht mitbekommen und gerade fühlen sich viele im Gegenteil stärkend das ist vielleicht das was auch ein bisschen pessimistisch dabei ist aber ich kenne doch trotzdem dass es wichtig ist vielleicht kriegt man noch eine Online-Stimme und eine Off-Light oder was gerne Würfel ich würde nur beantfügen ich habe bei dem Schreckkanal was geteilt das war bezüglich dieser Problematik die du gerade beschrieben hast dass sich Leute im sicheren Raum Teams etwas wuder fühlen für den Anfang genau das habe ich da beschrieben wir den ersten Schritt gegangen sind wir sind in den ersten Communities gewesen und dann Teams nachgezogen was für die die vorher in Communities gearbeitet haben total riesig Schritt war aber wir uns interess gestellt haben ganz viele sich immer noch problematisch wissen im letzten Team überhaupt zu arbeiten das hat sich auch in den letzten 4-5 Jahren nicht groß geändert die also für mich ist wirklich das Canadiate Framework zusätzlich die Diskussion der große Gewinn in den letzten zwei Jahren gewesen weil er mir genau diese Nutzen zeigt der unterschiedlichen Dinge ich sage wir müssen alles in Communities machen was auch zu großer Aufwand eventuell auch wäre das zu tun aber für die besten Dinge muss man es geben das ist das was ich aus dem Framework herausbezogen und weil ich das auch in Teams habe und im nächsten enden und da verschiedene Marken eben bestehen und meine Freunde und Freunde sind ja noch da da ist ja mit hier im Raum gesprochen ja ansonsten eine gute Landung ja also wir haben ein Board die Lydia hat ja ganz viel mitdokumentiert was hier vor Fragen aufkam von euch lohnt sich wahrscheinlich da nach noch mal drauf zu gucken Tanja du wolltest du schon mal aufbereiten in dem Blogbeitrag also wenn ich vielleicht am Anfang sagen soll jetzt könnt wir vielleicht noch was rein und ansonsten ich würde sagen wir gucken mal wenn wir wieder einen Termin haben wo sich das Community Leitfahrt Management Leitfahrt zusammentrifft das haue ich jetzt mal spontan in die Runde können wir euch gerne zu einladen und einen Austausch machen genau C3 Managers hatte schon im State geteilt da werden sowas auch an dem wir letztes Mal gesprochen das Kokus das Setup weil aktuell ist es so dass wir es auch wagen wie ähnlich haben es immer ein Praxis Beispiel zu einer bestimmten Community geben aber sowas wäre ein tolles Diskussions- Dialogsthema wenn wir sehen wir haben was uns alle beschäftigt genau Themenvorschläge in Slack sag du das vielleicht nochmal in Slack Tschüss und guten Abend Essen